So, jetzt geht's los hier mit Chivalry. Du machst sogar 3-2-1. Natürlich mach ich 3-2-1, ich mach 1-2-2-1. 3-2-1, Eisenwagen mach ich. Eisenwagen. Ja, also ich bin bei der Mason Order, wo bist du? Bist du jetzt bei den anderen, oder was? Bei den roten bin ich. Wo bist du? Ja, da muss ich dann gleich mal richtig schön den Arsch versucheln, glaub ich. Ach, Quatsch. Ich hau dich weg. So wie deiner Mutter heute Morgen. Bis jetzt haben wir jede Runde gewonnen, glaub ich. Bis zum letzten Mann machen wir hier. Komm her. Lars-T-Mann-Standing. Ich weiß, hab noch keine Ahnung wie ich das schneiden werde, aber ich mach das irgendwie. So matchweise, so matchweise find ich das eigentlich ganz cool. Kämpfe hier mit Falco richtig hart, ey. Mit Falco? Ja, Falco. Alter, wie viele da sind! Was, Falco? Snack ihn weg! Nein! So. Ah! Ich hab Snow Goon umgebracht. So, seid ihr Spaß. Snow Goon ist der, der mich immer weggesnackt hat. Da ist er, da ist einer. Komm her. Oh, ihr werdet so verlieren, ey. Oh, wie ihr dezimiert werdet. Hey, ich hab die gerade umgebracht. Pass auf hier, den Spasti hier. Klopp ich weg hier. Ja, ich renne ihm hinterher. Du bist der letzte, ne? Ne, da hinten ist noch ein Ritter. Oh, wie der, wie der dich blocken wollte, ey. Ah, ja. Es ist so ein Zingel, sag ich dir. Oh, oh! Oh! Ah, da haben wir von hinten! Ah! Falco, der Spasti! Uuuuh! Uuuuh! Der Ritter hat ihn grad übelst die Birne weggeschlagen. Ach, Mann! Das heißt, es ist ein Bogenschütze und ein Langschwertkämpfer. Warte, nochmal ganz kurz. Bisschen lauter. Wer schreit denn hier aus dieser Brenn, oder? 20 Prozent. Uuuh! Ach! So! Schön den Arm weggeschlagen. Und es blutet. Wie es da rausströmt, ist richtig eklig. So richtig episch ist das. Diese Blutstrahlen, die sind mir gar nicht aufgefallen. So. For the glory, sag ich nur. Yeah! Mein Typ sagt nur Yeah! Man auch! So, jetzt geht's los hier. Komm her. Oh, ihr seid voll die Schwuchte mit euren scheiß Wurf geschossen. Wurf geschossen. Und da hat der Erste schon das zeitliche gesegnet. Alter, wie ihr... Oh! Scheiße, ein Wurf geschoss in mein Gesicht. Weiße, Alter, wieso habe ich jetzt einen Teantreffer von hinten gekriegt? Finde ich aber nicht schön. Alter! Alter, Falko hat mich besiegt, ey. Oh, Scheiße! Weil ich eine Errungenschaft erhalten. Weil Falko dich besiegt hat. So, wo bist du? Ich bin troll. Okay. Ich bin quasi zur gleichen Zeitpunkt gestorben. Ich bin quasi zur gleichen Zeitpunkt gestorben. Wer ist gerade so am Gewinn? Alter! Ähm, ich würde mal sagen wir und das ist doch ziemlich locker. Alter! Voll zerstört wurdet ihr! Ja! Absolut! Leute, da ist doch einer gegen diese Stacheln gelaufen! Hammergeil! So, jetzt kriegt's los hier. Jetzt bitte kein Teamkill von hinten, ey. Ist ja ganz nett. Ich nehme jetzt auch mal diese Wurfdinger raus. Alter! Oh, hier hagelt das ja Wurfdinger. Oh ja, so soll es was sein. Alter, ihr prescht voll vor, ey. Ihr seid auch viel mehr als wir. Ne, ne, ne. Das bildest du dir nur ein. Natürlich seid ihr mehr als wir! Kannst du mir nicht erzählen, dass ihr jetzt weniger seid? Oh, man! Wieso reicht sich denn jetzt heute gar nichts mehr? Ja, verpiss dich mit deinem scheiß Speer hier. Bullshit! Bullshit! Oh shit, drei Leute. Oh. Wie laut dieses Feuer ist, ne? Ah, man, Snowgoo. Oh, warst du da ja vor dem Gate gerade? Ja. Alter, der wurde jetzt aber ziemlich zerstückelt, ey. Wieso? Ich hab dich so von allen Seiten genommen und dann noch so in kleine Stücke geschnitten. Bei mir ist nur der Achtung und Arm drin. Oh, das war schön! Das war schön! Hast du das gesät? Ne. Oh man, der hat ihn umgebracht und dann, und dann war's ja noch so auf den Knie und dann hat er ihm noch so den Kopf weggeschlagen. Blackstabbing Shit-Server. Aha. So. Da haben wir die Wurfags, die gleich rüberkommen, ne? Ich glaubte ja nicht, wer ihr seid. Alter, was war das denn? Ich bin Tyrion Lannister, der bin ich. Tyrion? Tyrion Lannister bist du? Tyrion Lannister bin ich. Tyrion Lannister? Alter, ihr seid viel mehr! Ne, ihr seid auch mega viele von hinten gesehen, ey. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich wurde hart getroffen. Ah, Spasti, geköpft, da hab ich dich geköpft. Ah, das war wohl nur, weil ich von dem Pfeil so übel getroffen wurde. Weg mit dir, du Spasti. Ich hatte echt nur einen Power, ey. Oh, Falco! Falco ist mein Bro, ey. Der haut dich weg. Oh, jedes Mal aufs Neue, ey. Kann nicht was sein. Ich guck mir noch mal deinen Kopf an. Oh, bist du eklig. Ich guck mir mal deine geile Leiche an, ey. Die ist noch an einem Stück. Oh, bist du langweilig. Hä, hä, hä. Wir haben gewonnen! Was habt ihr denn? Äh, Alter, ich hab drei Kills und fünf Deaths, ey. Ich bin aber nicht gut, ey. Ich hab zwei Kills, nur ein Sechst, oder? Falco ist übrigens gut. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Oh ja, die geilen Zuschauer hier. Exhausted. Mal gucken, was es jetzt gibt. Jumping can be useful to get an attack. Oh nein. Oh nein, jetzt komm ich auf die Map wieder. Da kann ich ja nur versagen. Was ist das hier? Auch Gefäß. Wird zur Erzeugung von Nirvana. Hier zu den Dinger. Frei für alle? Ach du Scheiße. Nicht. Oh Gott. Nein, nicht frei für alle. Das ist bis zum letzten Mal. Quatsch. Was ist frei für alle? Echt? Alter. Ja. Oh Gott. Oh. Oh, Alter. Da leg ich mich jetzt hier mit dem Wetter an. Kloppt, ey. Gott, oh Gott. Killsteal Mode. Oh, scheiße. Mann, ich war so gut dabei. Ich hab' ich schon mal einen umgebracht. Ja, ich auch. Aber Sir Norris hat mich umgebracht. Killsteal. Sir Chuck Norris. Ja, hier kann man übelst leicht Killsteal, weil... Wenn der eine angestangen ist, kommt der andere von hinten. Oh. Weißt du? Und dann... Ist Feierabend. Alter, wie hat der mich denn jetzt weggesnackt? Alter, Falco ist voll der Pro, ey. Ja. Das war nur ein Bogenschütze, ey. Der hat mich übelst platt gemacht. Boah, warst du der Typ, der da gerade die Mangel genommen wurde? Nee. Ich find das ja sehr schön, dass dein Name groß auf der Mailbahn gezeigt wird, weißt du? Man kann auch irgendwie Angriffe antäuschen. Mal plan. Alter! Fick dich! Hahahaha. 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 Ich hab dann... Das war richtig geil. Spasti, ey. Oh ja. Oh, der kommt da hinten. Läuft Feuer. Wer spielt denn hier mit Feuer? Ah, weg mit dir. Boah. Ein Schlag von dir macht doch so viel Schaden, ey. Scheiße! Ah! Alter, ich bin in Rampage-Mode, ey. Fuck. Mann, scheiß Mikro. So. Ah, fuck. Steht's wieder. Boah, ich war richtig gut eben, ey. Wie viel ich gekillt hab? Bestimmt 5 oder so. Also, 5 Killsteals hab ich gemacht. Hahahaha. Alter. So. Was bist du für ein Respawn-Killer? Alter, scheiße. Steakhouse-Burger spielt mit. Steakhouse-Burger? Ja. Ja. Oh ja. Wen seh ich denn da? Kleines Schnittchen seh ich da. Ja, den werd ich jetzt verwursten. Halt an! Hurensohn! Was bist du für ein Bastard? Nja, ey, so läuft das aber nicht Oh, du Weichei, ey Anhaltsam Halt'n das Ohr Jetzt wirst du weggesnackt, du Bastard Oh, ja, dann mach dich fertig, ey, du hast es nicht anders verdient Du Dreckiger Ich dachte, wir machen jetzt mal einen Kampf wie zwei Männer hier Ah, du Peller, ey Boah Ich hab die auch geköpft. Anders sah nicht nett aus. Alter. Da rennst du. Boah, voll den Lag. Ja, hab ich auch grad gesehen. Boah, Hilfe. Süß Geschrei. Komm her. Wie täuscht der das immer an? Ich weiß nicht wie das geht. Weißt du, der zieht dann immer einmal so das Schwert und dann zieht das irgendwie wieder zurück. Weiß ich auch nicht. Weiß nur wie man schreit. Reicht mir. Komm her, du Spasti. Ach fuck. Das Gute an dem Typen ist, der ist so schnell, wenn du einmal blockst, dann kann ich dich danach gleich schlagen, Alter. Scheiße. Ragnarobok. Ragnarok. Guck dir nochmal Ragnarok her. Ragnarok ist von... Weiß ich auch nicht. Was macht der denn da? Was macht der denn für ne Scheiße? Alter! Oh ja, das war geil. Mit dem Typen fahre ich so langsam den Dreh raus. Das ist irgendwie die Call of Duty Klasse hier. Da kann ich gut gut klar. Oh nein, da kommst du, oder? Ah, du kleiner Bastard. Ah! Das ist echt nicht wahr. Du brauchst nicht echt nur einmal treffen, dann bin ich so gut wie tot. Gib dir gleich mal einen Ragnarok hier. Und gleich danach einen Georock. Aua. Der hat nur noch Faustblatt gemacht. Haha. Ich war voll angeschlagen und hab mir einfach aufs Maul gehauen. Alter, mit dem Faust hab ich eben weggesnackt, ey. Ach nee, ey. Der eine kämpft hier nämlich nur mit Fäusten. Ja. Alter, Double Kill, ey. Was ist da los? Du meinst für doppelter Kill-Skill. Alter! Wie ich dich geköpft hab. Genau. So gehört sich das. So muss das sein. Der kleinen Axt immer schön in die Fresse rein, Alter. So. Oh, Bitch! Alter, da hast du aber auch nicht aufs Maul gekriegt. Wer ich? Nee. Aber so ein Typ, der wollte mich mit Fäusten angreifen von hinten kam. So ein riesiger Schwerträger, so wie du. Der hat ihn ja von hinten so richtig fett aufgespießt. Ja. Genau von meiner Nase. Ja, so muss das. Eigentlich macht mir frei für alle ziemlich Spock gerade. So muss das. Uah. Zurück zum Haul, Juh. Spassi, Spassi, Spassi. Spassi. Alter! Wie krass die da reinkommen. Ey, der hat mich mit der Faust getötet, ne? Ja. Unwitz. Der kann mit der bloßen Faust töten. Ey, was ich bis heute nicht verstehe. Warum die verbrannten Leichen, äh, brennende Leichen, warum die schreien? Alter. Kleiner Bastard. Oh, wie der nehm einen mitgegeben hat, Alter. Oh, wie der nehm ist da. Oh, was geht ab, ey? Das war richtig krass. Was? Da kam immer wieder noch einer eingelaufen, der hat da reingeschnetzelt. Aber wie da einfach ein Arm rumliegt. Krass, du hast morgen gekriegt das, ey. Oh, yeah. Ey, wie leicht ich die Ritter wegsnacken kann, ne? Double Cure, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Killsteering, was ist da los? Ah, fertig mach ich euch! Hier kommt dein Bezwinger! Nein! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Da hab ich den Koffer beschlagen. Oh, ja. Das war nicht nett. Oh, Mann, ey. Die Körfer sind da nicht rumfliegen, ey. Das ist richtig hart. HAMM Alter. Alter! Alter! Der hat mich mit ner Faust umgelagert. Übler Schein.